Hey, toll, dass du dich für das Thema, warum Hunde wirklich beißen, interessierst. Ich kann dir versprechen, dass es spannend wird, denn die Gründe für Hundeangriffe sind oft sehr unterschiedlich und können von der Rasse bis hin zur Erziehung reichen. In diesem Video werde ich dir einen Einblick in die verschiedenen Faktoren geben, die dazu führen können, dass ein Hund zubeißt. Nummer 1. Die Rasse Ein wichtiger Faktor ist die Rasse des Hundes. Einige Hunderassen sind von Natur aus aggressiver als andere und benötigen deshalb eine besonders sorgfältige Erziehung. Hunde wie Pitbulls oder Rottweiler werden oft als gefährlich angesehen, weil sie aufgrund ihrer körperlichen Stärke und ihrer Zähne großen Schaden anrichten können, wenn sie zubeißen. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Hunde dieser Rassen aggressiv sind und es auch auf die Art der Erziehung ankommt. Diese Hunderassen in falschen, unerfahrenen Händen sorgt aber oft für Probleme. Nummer 2. Die Erziehung Ein weiterer Faktor ist die Art und Weise, wie der Hund erzogen wurde. Ein Hund, der in einer Umgebung aufwächst, in der ihm keine klaren Grenzen gesetzt werden oder der ständig bestraft wird, kann aggressiver werden als ein Hund, der in einer liebevollen Umgebung aufwächst und eine positive Verstärkung erhält. Es ist wichtig, dass der Hundehalter sich seiner Verantwortung bewusst ist und ihm eine gute Erziehung zukommen lässt. Nummer 3. Die Umstände Auch die Umstände, unter denen der Hund angreift, können eine Rolle spielen. Ein Hund, der sich bedroht fühlt oder in die Enge getrieben wird, kann schneller zubeißen als ein Hund, der sich in einer entspannten Situation befindet. Es ist wichtig, dass der Mensch die Körpersprache des Hundes richtig interpretiert und ihn nicht unnötig in Stresssituationen bringt. Nummer 4. Die Gesundheit Neben diesen Faktoren kann auch die Gesundheit des Hundes eine Rolle spielen. Ein Hund, der Schmerzen hat oder krank ist, kann schneller aggressiv werden als ein gesunder Hund. Es ist wichtig, dass der Hundehalter regelmäßig den Gesundheitszustand seines Hundes überprüft und bei Bedarf einen Tierarzt aufsucht. Mit der richtigen Erziehung und Umgebung können Hunde loyale und liebevolle Begleiter sein, die niemals zubeißen würden. Möchtest du jetzt noch wissen, was deinen Hund sofort unglücklich macht? Dann schaue dir das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls sehr freuen. Dann schaue ich mich auch sehr gerne.